Liebe Freunde der gepflegten Heimvernetzung, ich möchte heute mal erklären, wie ihr mit wenig Aufwand zwei Fritzboxen miteinander verkoppeln, vernetzen, vermischen könnt. Links oben seht ihr meine Fritzbox 6660 Cable, die ich seit Februar 2020 tagtäglich im Einsatz habe. Und rechts unten die etwas vergilbte Fritzbox 7590 aus dem Jahre 2017. Jetzt schauen wir mal in die Software der Fritzbox, die hängt an einem Kabel 1000 Anschluss von Vodafone. Da kommen 1150 Megabit im Downstream und 56 Megabit im Upstream. An guten Tagen kommen die tatsächlich, manchmal ist es auch ein bisschen weniger. Schauen wir in die Mesh-Übersicht. Momentan hängen sechs Geräte über WLAN an der neuen Fritzbox und vier Handtelefone überdeckt an der Fritzbox. Am kleinen grünen Pfeil seht ihr den Kabelstutzen der jüngeren Fritzbox. Da kommen 1000 Megabit Internet plus Telefonie für sechs Telefonnummern plus 100 Radiostationen plus 105 Fernsehstationen in die Fritzbox rein. Dort werden sie verarbeitet. Und die große Frage ist, wie viel von dieser Leistung können wir jetzt auf die alte Fritzbox übertragen? Dazu stecke ich jetzt ein 30 Meter langes LAN-Kabel, oben in LAN-Buchse 5 und unten in LAN-Buchse 1. Ich stecke es natürlich nicht in den 2,5 Gigabit-Port, ganz links an der oberen. Der ist dazu eigentlich zu wertvoll, den brauchen wir auch gar nicht. Da hängt ein schnelles NAS-System dran. Ansonsten reicht die Verbindung über 1000 Megabit-Ports, weil die untere Fritzbox, die 7590, die kann ja am LAN-Port sowieso maximal nur 1000 Megabit. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das in der Mesh-Übersicht aussieht. Wir sehen am unteren grünen Kasten bereits die 7590, hängt mit einem Gigabit Geschwindigkeit am LAN-Port 5 der neuen Fritzbox. Allerdings sind sie jetzt noch nicht per Mesh miteinander verbunden. Das sieht man daran, dass die linke Fritzbox schon so ein blaues Mesh-Symbol hat, die rechte hat es noch nicht. Also klicken wir auf Anleitung und können hier in der Hilfe lesen, wie es geht. Ihr braucht euch das aber jetzt gar nicht durchzulesen. Ich zeige euch gleich im Bild, wie es geht. Und zwar klicke ich bei der neuen Fritzbox auf den Taster Connect WPS. Dann fangen alle fünf LED-Lämpchen an zu flackern. Dann laufe ich an die alte Fritzbox, drücke ebenfalls Connect WPS. Dann flackern dort auch alle fünf LED-Lämpchen. Und nach kurzer Zeit hören beide Boxen wieder auf zu flackern. Und dann schauen wir wieder in die Mesh-Übersicht und sehen, die ältere Fritzbox, die 7590, hat jetzt ebenfalls ein Mesh-Symbol bekommen. Das heißt, dass jetzt diese beiden Fritzboxen nicht mehr völlig unterschiedliche WLAN-Funknamen durch die Luft funken, sondern dass die neue Fritzbox sämtliche WLAN-Einstellungen in die alte Fritzbox durchgeschossen hat. Jetzt trage ich die alte Fritzbox in das hinterste Zimmer und schalte dort noch ein paar zusätzliche Geräte ein. Nach kurzer Zeit sehen wir hier, es sind in der neuen Fritzbox die oberen fünf WLAN-Geräte eingeloggt. Und in der alten Fritzbox sind weitere fünf Geräte eingeloggt. Und zwar habe ich dazu nichts selber verbinden müssen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso können sich meine WLAN-Geräte schwuppdiwupp einfach in die 7590 einloggen? Weil die neue Fritzbox hat ja beim Vermeschen sämtliche WLAN-Einstellungen in die alte Fritzbox durchgeschossen. Und die alte Fritzbox 7590 behauptet jetzt, sie wär die neue und lockt so die Geräte in ihre eigene Hardware rein. Jetzt seht ihr hier auch einen HP-Drucker. Der war vorher in der neuen Fritzbox eingeloggt. Der steht aber auch im hintersten Zimmer. Und weil er sie jetzt zu der alten Fritzbox näher hat, hat er sich entschieden, sich in die alte Fritzbox einzuloggen. Schauen wir uns das gleiche jetzt mal in der Frequenzanalyse an. Und zwar zuerst im 2,4 GHz Band, linker Pfeil oben. Dann sehen wir mittig der große Block, das ist tatsächlich die Fritzbox 6660 Cable im 2,4 GHz Band. Und gleich drunter sehen wir am dritten Pfeil einen etwas kleineren Klotz. Der behauptet jetzt ebenfalls, er wär eine Fritzbox 6660 Cable 2G. In Wahrheit ist es aber die 7590, die nur behauptet, sie sei die neue Fritzbox, weil sie eben die WLAN-Einstellungen von der neuen bekommen hat. Das gleiche im 5 GHz Band, da seht ihr an dem größeren Klotz, das ist die echte Fritzbox 6660 Cable im 5 GHz Band mit einer Kanalbandbreite von fetten 160 MHz. Der kleinere, rotbraune Klotz drunter, behauptet, er wär eine Fritzbox 6660 Cable 5G. In Wahrheit ist es aber die 7590. Jetzt stellt sich noch die Frage, wieso kann diese WiFi 5 Fritzbox einen 160 MHz breiten Funkkanal aufspannen? Das kommt daher, dass die einen Firmware-Update gekriegt hat und im Laufe ihrer Geschichte dann irgendwann mal nicht mehr nur 80 MHz konnte, sondern 160 MHz und damit wird sie natürlich, sofern die Luft sehr sauber ist, fast doppelt so schnell als das, was eigentlich geplant war. Schauen wir uns das gleiche noch im Systemprotokoll an. Um 23 Uhr 3, ihr seht, ich bin ein Nachtfalter, wurde die Fritzbox 7590 erfolgreich zum Mesh hinzugefügt. Die 7590 Hardware hängt an der 6660 Hardware, die 6660 ist der Mesh Master und die andere ist der Repeater. Dieses Mesh bezieht sich jetzt allerdings nur auf die LAN- und WLAN-Verbindungen. Jetzt können beide Boxen ja auch noch Telefonie, da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, an dem zweiten Pfeil rechts unten das Mesh in der Telefonie freizuschalten. Da klicken wir jetzt drauf, jetzt sagt die neue Box, bitte bestätigen über die Eingabe des Codes 17751 an einem der DECT-Telefone. Das ist mir jetzt zu umständlich. Ich klicke deshalb auf Bestätigung mit Fritzbox-Taste, dann wird das Menü größer. Ich laufe also kurz an meine neue Fritzbox hin, drücke auf eine der Tasten und kriege dann die Meldung Ausführung bestätigt. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang abzuschließen. Das mache ich jetzt und siehe da, ich kriege die Meldung Fritzbox 7590. Telefonie im Mesh ist jetzt aktiv. Schauen wir noch mal ins Systemprotokoll, dann sehen wir rechts oben in dem grünen Kästchen Telefonie im Mesh freigeschaltet. Das ging jetzt also wirklich ruckzuck, also im Prinzip nur einmal auf die Taste an der neuen Fritzbox, einmal auf die Taste an der alten Fritzbox. Ich musste also überhaupt nicht in irgendein Softwaremenü von der 7590 reingehen, das hat sich jetzt alles mit zwei Tastendrucken schon in Bewegung gesetzt. Jetzt sehen wir rechts unten nochmal meine vier DECT-Handtelefone. Die waren ursprünglich ja nur an der neuen Fritzbox angemeldet. Aber durch das Vermeschen der Telefonie sind die jetzt eben auch an der Fritzbox 7590 hinterlegt. Das heißt, wenn ich mit einem oder mit allen Telefonen ins hinterste Zimmer wandere, dann kann ich dort eben auf kurze Distanz mit einer exzellenten DECT-Verbindung auch auf der alten Fritzbox telefonieren. Genauso gut, als wenn ich an der neuen wäre und ich musste eigentlich nichts händisch in die alte Fritzbox einpflegen. Auch die Telefonie-Einstellungen wurden eben dank Mesh automatisch in die alte Fritzbox durchgeschossen. Jetzt bin ich gespannt wie Nachbars Lumpy, ob ich die Funktionen des Kabelfernsehtuners aus der neuen Fritzbox irgendwie auch auf die alte Fritzbox übertragen kann. Dazu starte ich an der neuen Fritzbox zwei Fernsehprogramme auf meinen beiden Dell Workstations, die jetzt blau umrandet sind. Dann laufe ich ins hinterste Zimmer und starte dort zwei weitere Fernsehprogramme auf meinem Samsung Note 10 und auf dem Asus 17 Zoll Laptop. Die beiden sind ja in die alte Fritzbox eingeloggt per WLAN. Und siehe da, es kommen tatsächlich auf allen vier Netzwerkgeräten Fernsehprogramme. Oben nochmal, blau eingerahmt, die zwei Workstations, die an der neuen Fritzbox hängen, die eine empfängt ZDF HD und die andere BBC World News in der SD Auflösung, also Standard Definition Auflösung, nicht in HD Definition. Ich kann aber auch weiter zappen, eben durch 105 Fernsehprogramme und mir andere Sender raussuchen. In der unteren Hälfte seht ihr jetzt die zwei Netzwerkgeräte, die in die alte Fritzbox eingeloggt sind, nämlich das Samsung Note 10 und der Asus Laptop 17 Zoll. Die spielen jetzt das erste SD und das erste in HD-Qualität ab. Jetzt weiß ich ja aus anderen Messungen, und dazu gibt's ein eigenes Video, das letzte Video, dass ZDF HD und das erste HD jeweils 8 Megabit im WLAN verbraten, um das Fernsehprogramm in dieser recht hübschen Auflösung zu übertragen. 8 und 8 gibt 16, die beiden SD-Programme brauchen ein bisschen weniger, aber sagen wir mal so gut 20 Megabit laufen ständig über die WLAN-Luft. Ist jetzt natürlich nicht allzu viel, weil beide Fritzboxen sind ja recht leistungsfähig und wir haben jetzt auch das Glück, dass die Geräte relativ nah an beiden Fritzboxen dran stehen. Aber jetzt interessiert's mich natürlich, wie sieht's denn im Internetverbrauch aus? Ich öffne also den Online-Monitor und guck mal, ob da jetzt gute 20 Megabit übers Internet reinrauschen, und bin ziemlich überrascht, da ist ja so gut wie überhaupt kein Downstream und so gut wie überhaupt kein Upstream. Wie kann das sein? Und da fällt mir ein, das Fernsehen kommt ja aus dem DVB-C-Kabel. Das seht ihr am grünen Pfeil. Das heißt, ich belaste mit diesen vier Fernsehprogrammen nicht einmal meinen Internetanschluss. Der steht noch voll zur Verfügung, weil die Radio und Fernsehprogramme ja nicht übers Internet reinkommen, sondern eben übers Kabelfernsehen. Jetzt hat sich ja mein Drucker von der neuen Fritzbox in die alte Fritzbox per WLAN eingeloggt. Und jetzt interessiert's mich natürlich, ob ich von einer Workstation, die an der neuen Fritzbox hängt, ein Dokument überhaupt noch ausdrucken kann. Schreib hier also ein paar Zeilen in Word, drücke auf Drucken und ja, juhu, grüner Pfeil rechts unten. Das Symbol für den Drucker sprengt an, ich laufe ins hinterste Zimmer. Und ja, tatsächlich, das Dokument wird ausgedruckt. Zu guter Letzt nehme ich der Fritzbox 7590 den Strom weg und schau mal, was passiert. Dann sehen wir hier, die ganzen Geräte, die inzwischen eingeschaltet waren, locken sich automatisch, ohne mein Zutun, blitzschnell wieder in die alte Fritzbox ein. Es fehlt lediglich ein Gerät. Das ist jetzt entweder noch dabei, sich gerade in die alte Fritzbox einzuloggen oder es ist inzwischen in den Ruhemodus runtergefahren. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Das habe ich erst gemerkt, als die Screenshots schon fertig waren. Wir sehen an der Fritzbox 7590 am grünen Pfeil jetzt auch. Es wird nicht mehr die Geschwindigkeit mit 1 Gigabit hier angezeigt. Es wird nur noch angezeigt, dass sie am LAN 5 Anschluss der neuen Fritzbox hängt. Und ich frage mich, wieso ist die da überhaupt noch sichtbar? Die hat doch schon keinen Strom mehr. Und siehe da, verschwindet sie komplett. Jetzt interessiert es mich noch mal. Laufen eigentlich die Fernsehprogramme auf den Rechnern noch weiter. Ich prüfe also, laufe an alle vier Rechner hin und sehe, ja, die haben sich offenbar alle jetzt auf die neue Fritzbox eingestellt. Und die zwei unteren Netzwerkgeräte, die ja bis vor kurzem noch an der alten Fritzbox dran hingen, haben jetzt automatisch sich mit der neuen Fritzbox verbunden und auch die Fernsehsender laufen weiter. Wenn ihr mehr über die Radio- und Fernsehfähigkeiten der neuen Fritzbox am Vodafone Kabel wissen wollt, dazu gibt's auch ein eigenes Video. Fassen wir zusammen. Kann man zwei Fritzboxen miteinander vermischen? Ja, man kann. In meinem Beispiel war es super einfach. Connect WPS an der Jüngeren aus 2020 drücken. Dann Connect WPS aus der Älteren aus dem Jahre 2017 drücken. Beide flackern. Nach wenigen Sekunden hat die neue Fritzbox ihre WLAN-Einstellungen bereits an die alte durchgeschossen. Wir haben also dadurch erreicht, dass sowohl Kabel 1000, Internet, als auch Telefonie mit in meinem Falle sechs Telefonnummern, als auch 100 Radioprogramme, als auch 105 Fernsehprogramme, von der oberen jüngeren Fritzbox über ein bis zu 30 Meter langes LAN-Kabel auch in der alten Fritzbox zur Verfügung standen. Wozu sollte es gut sein? Wenn ihr jetzt ein Einzimmer-Apartment habt, dann macht's vermutlich eher wenig Sinn. Es sei denn, ihr hättet sehr viele WLAN-Geräte und würdet die Last dann auf zwei Fritzboxen verteilen. Viel mehr Sinn macht's natürlich, wenn ihr eine 3- oder 4- oder 5-Zimmerwohnung habt, oder ein Reihenhäuschen oder so, dann könnt ihr die Fritzboxen natürlich relativ weit auseinander stellen und habt trotzdem eine viel gleichmäßigere WLAN-Abdeckung und übrigens hier auch Deck-Telefonie-Versorgung, als es nur eine Fritzbox alleine leisten könnte. Außerdem, wenn man jetzt so an die wärmere Jahreszeit denkt, könnte man die alte Fritzbox ja auch in die Nähe des Balkons oder Terrasse oder Garten stellen oder vielleicht sogar ins Freie rausstellen. Und dann hättet man eben eine bessere Versorgung für den Outdoor-Bereich. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt's mir bitte gerne in die Kommentare rein. Wenn was Brauchbares für Euch dabei war, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch. Und wenn Ihr auch die weiteren Sendungen nicht verpassen wollt, dann am besten gleich abonnieren. An dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.